Ich will sitzen, ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen. Okay, genau, zurück ins Studio. In Kairo wird die erste Samstagnacht für das ganze Volk auf die Cheops-Pyramide projiziert. Yasir Abu-Schulze ist dabei. Auch der Papst konnte nicht verhindern, dass RTL Samstagnacht in Rom gesendet wird. Giovanni Crematori in Rom. Ihre Punkte bitte. Die Chinesen verstehen jede Menge Spaß. Tausende haben sich auf dem Platz des himmlischen Friedens versammelt, um die Ankunft von RTL Samstagnacht zu feiern. Herr Zen Katong in Peking. Gibt es auch ein Feuerwerk? Gebur Act's. Gebur Act. Gebur Act. Gebur Act auf den P Ernst Nacht ist es. Den wurde ergestまで auf cosas. gebaut, die hurdles auf dem sie den Aborghalter. efficielle Abbehalten.